Die Ente. Aber für Rank dachte ich ein bisschen größer machen. Die Ente ist eigentlich geil. Ja. Nicht so viel um Asper, ne? Nee, die Ente mache ich dann im Normalen. Hier geht's um die WUSCHT. Hier geht's um Geld. WUSCHT! Hier geht's um Verträger. Oh ja. Kinder geboostert, ja. Oh, da kommen sie mit. Über uns auf dem Dach sind einige. Da ist der Knarre, der Wichser. Kommt mal ein ab. Hä? Ist euer C4 her? Nee, ist vom Gegner. Okay. Hab ich desabled? Ja. Ich hab leider nur ne Pistole. Ich kann nicht mehr mehr. Einer ne Platto? Nee. Mhm. Grazias. Ach ne. Ich muss mal runter gehen. Mhm. Mal versuchen. Ich muss mal ein bisschen was zusammen looten wenigstens. Okay. Ich hab was. Hier ist noch ne Platte. Was ich noch muss das sagen. Traurig unbedingt. Ja. Hab ja. Hab leider nicht voll. Habt sich das? Wir haben 7. Die sind weg. Was kann das sein? Ja, die sind weg. Das f***ing Steppe ist weg. Das sind weg. Aber die sind hier drüben Hier unten gehen sich gerade hier, ja hier unten ist Rauch Wo Rauch ist, da ist bekanntlich auf... Landet einer direkt Ah, hier drinnen Oh oh, mich shitten sie schon an hier Piss mich erstmal Fehlte uns der Find-Drop War ja noch War ja noch Ich glaube ich slidete hier noch an Roma Ne Königs Ne, war David Hier ist doch noch eine Kiste drinnen irgendwo Hier Jutti, äh... Bisschen Ja Zwei mal unten am Shop, da suchen wir noch ein bisschen Kohle Ich glaube ich flammes jetzt Äh... Schmarrer Gästen 220 Ich habe hier arbeitet ein bisschen Das ist erst ab 18, Mara Da kannst du nicht zugucken Mara nachher Geh mal zu Mami Papi kommt nachher, Mara Das kannst du nicht gucken Das ist ab 18 das Spiel Ja Ich hab's wieder nicht nach oben geschaffen Schaffen wir dann mit nach oben Perfekt Die Audi ist da? Naja Ich komme Die Schlangen direkt hoch zu ihr Weil der Kopfgeld hier nämlich schon kommt Kannst du sie mal nehmen? Ja Dann... Bitte Ja, ist doch gut Ich bin da, ich habe eben fest Warum hänge ich denn... Ich hänge in der Siblein Ja Ich glaube in dem Nebenhaus Ah... Shipbreak Einen down mit irgendwas Der ist in meine Mine gerannt Die war hier ganz unten Wo hatte ich die denn hingelegt? Ah, er ist bestätigt Ach, hier ist er in die Rand Ach, hier sind die Mine Sehr schön Das ist ja praktisch War nicht so wahrscheinlich, dass er da drin rennt? Das ist ja eine praktische Mine War nicht so wahrscheinlich, dass er da drin rennt? Das ist früher mal beim Praktiker erarbeitet heute Ja, na klar Ja Jahrelang Erfahrung Ja, außer auf die Ona auch Außer auf die Ona auch Keine Drohne... Ja, genau Hängt mal hier oben hin, den wir offen machen Hängt mal hier oben hin, den wir offen machen Ich hol mir mal ne Maske Ich hol mir mal ne Maske Ja Hier unten dann die immer rein Hier ist noch Geld Hier oben ist er noch auf der Dings Umhoch, du Wichser Angehittet Ich hab nochmal Munitionskiss am Start Jo, ich bin erstmal voll Hier unten ist er Rechts unten Kommt mal rechts unten ist er Ah ja Den könnten wir uns holen Den sollten wir uns mal angucken Ja Hier ist aber noch einer Der läuft da Runter gegangen Der ist im Wasser Der ist im Wasser Oh, Happen Ah ja Was ich mir annehmen würde Das muss... Direkt ins Blut über hin Das muss sitzen Nach dem K.O. Direkt Messer hinterher Ja, ja, alles so Ein F vorne Fitsch Fitsch Ich hab halt die Soundepack Ich hab halt die Soundepack Ja, ja Stopp, stopp Hängt man hier? Was ist das? Zu fett Komm hier nicht raus, kann doch nicht sein Ok, jetzt müssen wir gleich los Stimmt Na, vielleicht können wir hier bleiben Hier rechts außen ist Wasser und wo Schauen wir mal Recht da mal Kreise Hast du viel Geld für eine Drohne? Ok, jetzt muss man wirklich weiter Ja Ich hab vorher noch eine Drohne kaschen Ich hab hier noch mal Geld gefunden Ja Das ist alles für Leute Perfekt Ja Ich hole Könnt ihr auch noch eine holen Dann haben wir noch ein paar auf Vorrat Achso, Geld Ich hab hier jetzt nochmal Selfless Ich hab schon ein Spillmuff Selfless dabei Noch auf Verserver Ich hab jetzt noch einmal einer mitnehmen Ich hab auch zwei Ich hab auch schon zwei Da unten liegt nochmal Hier ist noch ein Shop-Imobiler Dann bin ich mal mit Dann müssen wir auch langsam los Ich mach die Drohne jetzt mal an Ja, lass mal los Ja, mach mal an Vielleicht zur Krypta hier erstmal zur Mauer Ja, da können wir auch gleich hingehen Ah ok, sieht halt gut aus hier Obwohl einige mit Geist jetzt auch wieder spielen wahrscheinlich, wahr? Ja, wahrscheinlich Ja, ich spiel auch mit Geist Mit Sicherheit Ein, töten, weiter machen Ja, 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 klar Hier auf die Mauer hoch erstmal Ja, würd ich auch sagen Hier landet einer hinten Oh, ich wurde hier sehen Oh, neben uns in dem Turm Hier in den Runden Ah, im Turm Mhm Längst neben uns In deiner Luft Genau, wo bist du? Ja, das wird den Engel dissolieren ja vielleicht Hinter uns kommen wir noch ein, ja Wir sind schon im Angriffsmodus Hier oben drauf Ich bin aber leider noch weiter unten Da war noch irgendwo einer bei Gelb Vorsicht Oh, Muffen Denkst du immer noch drauf? Echt? Hier unten kommen sie Hier unten kommen sie Ah, hier bei mir auch jetzt Rechts von uns Ah, die kommen beim Rauch Man sieht die halt wieder nicht Sind die hier in dem Turm, oder was? Ah, die sind unter uns Und in dem Turm Hier ist einer, hier Können fast hier bleiben Kommt der nach, warte mal, kommt der nach Unter uns, unter uns, unter uns Äh, unter mir Sorry Wo bist denn du? Bist du ja in dem Turm? Sind wir jetzt zusammen? Bist du das mit mir? Nee, ich bin noch ein stücke weiter hinter Grün Okay Ich bin bei Quasi Äh, die sind hier rechts neben uns Aber hier sind sie auf jeden Fall Geh mal hoch, Robert Landet was irgendwo? Robert, kannst hochkommen? Ich bin, Komma Ich bin, Komma Ich bin, Komma Hier ist ja auch ein Shop nochmal oben Ist ja geil Das ist nur, dass von unten keiner mehr hochkommt Könnte unser Lichtbrecher sein Mhm Jop Ist ja nicht mal Top 10, Jungs Was ist da los, Alter? Ja Ist ja der Engganglist Hier ist ein Shop Wenn nicht, holt da nochmal einen Prezi Ich, ich hab keine Kohle Hab hier nochmal einen Prezi Hab ich nur auf Tasche hier Oh, ich kriege den noch vor irgendwo Na, hier ist einer neben uns In dem Turm da, ne? Oh, ey, die Bumsen hier, ey Wir haben recht sehen, dann Und gehen die lang, die Boys Vor wir müssen vor, Jungs Aber nicht weit Und da unten erst mal Ein bisschen runter Und ein bisschen oben bleiben Alter, die lasern einen weg, nicht. Ich mach einen Prezi rauf, wenn gut ist. Einfach hinlegen. Können liegen bleiben. Einfach hinlegen. Oder behalt mal den Prezi noch. Die rennen dann sowieso weg. Ich hab ihn rauf schon. Ich hab ihn schon rauf gesetzt. Ah, gut. SK auch? Gut. Kommt er ja selfless? Nee. Ich hab ihn auch dreimal. Ich leg ihn mal ab hier noch. Hat jemand noch einen Prezi? Dann mal bei grün rauf. Nee, leider nicht mehr. Nee, leider nicht. Du steppst hier bei uns. Ja. Unter uns, wa? Ja. Oh, ihr habt ihn verliniert. Wir können ja gar nicht hier oben bleiben. Scheiße. Ich muss runter. Oh, die sind hier noch vor uns unten. Dumm gespielt. Da haben fünf Leute unten bei euch. Boah, scheiße. Oh, du hast noch einen Shop, quasi. Achso, du hast nicht genug Geld. Ah, ist egal. Schade. Top 3 schon. Sehr gut. Nein, hier sind zwei drinnen. Vorsicht, quasi da oben. Einer ist schon Spielbreak. Hm. Ich nehm das Team weg. Stark. Zwei noch. Letzte Team. Termit hast du. Denk an den Termit. Superkatz. Ich hab gar keine Platten mehr. Nein. Schade. Gut gemacht. Ah, kämpft. Boah. Ja, ja. Mach deinen ollen Finisher. Oh, die Punkte ist er mit. Adam 2009. Schon sein Gebot, ja. Komm, komm, komm. Vielen Dank.